nicht streiten heute ist der letzte tag weihnachten und wir fahren jetzt zu unseren bekannten und müssen sechs bier mitnehmen und ein apfelsaft ja weil dort gewünscht ist muss man natürlich erst kaufen weil wir haben kein bier das tut man nicht alles für freunde offensiv einmal runter und einmal los junge 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 packen wir mal die kindersitzung heute brauchen wir nämlich den großen wagen ich spiele mit scadie zusammen scadie wollen wir zusammen baden spielen hallo hallo wie geht es dir ich bin ein man 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 hey 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 wir haben es abgehakt man natürlich nicht man geht zu spät kann ich nicht ja ja naja wir fahren mal los wo ist die katze ich habe vorhin in der küche noch gefressen erst wenn er noch nach hause kommt nach der katze furchtbar gut das war es wir sind zuhause es ist äh wie spät mit sie mit sie mit sie mit sie mit sie mit sie so meine süße katze ist habe nur die ähne katze süße breinschneiden an gesagt schönheitspflege ich habe Angst, da muss ich dich anzufassen, wenn du überall fest denkst. Ist hier klein, ist hier dünn. Jetzt gibt es noch ein bisschen Wasser für die Jute. Ja. Das ist für den Maus. Juts, 22 Uhr, wir sind zuhause und jetzt fütter ich die Katze, flößt ihr ein bisschen Wasser ein, bisschen Feuchtigkeit und dann morgen wieder zum Arzt mit ihr. Das ist so. Jetzt sind wir gerade gekommen von Freunden, von Weihnachtsessen. Das war sehr schön. War recht angenehm, fand ich. Und jetzt machen wir uns alle bettfertig wahrscheinlich. Und dann wollen wir jetzt los zum Tierarzt. So ist es. So ist es immer wieder. Jeden Tag was los. Naja, muss halt sein.